Hallo liebe Zuschauer, ich habe heute früh in meine Glaskugel geschaut und gesehen, dass wir in den kommenden Wochen durch Schlagzeilen wie diese überflutet werden. Ich höre schon den Aufschrei von rechts. Sie hätten ja die ganze Zeit recht gehabt. Jetzt wird sich zeigen, dass ausgerechnet Geimpfte krank werden und so weiter. Fakt ist, es werden in den nächsten Wochen und Monaten mehr Geimpfte erkranken als je zuvor. Das ist aber normal und es war zu erwarten. Wir wussten schon von Anfang an, dass die Impfungen keinen hundertprozentigen Schutz bieten. Wie gut ist aber der Schutz gegen die Delta-Variante? Das ist die Frage aktuell. Man findet unterschiedliche Angaben. Es wird meistens immer noch über Werte um die 90% geredet. Das stimmt aber leider nicht ganz. Ich habe auf der Nature-Webseite diesen Artikel gefunden. Hier werden die Ergebnisse einer englischen Studie kurz dargestellt. Sie haben Unmengen an Daten verarbeitet und sind auf diese Ergebnisse gekommen. Die Impfungen bieten immer noch einen guten Schutz gegen die Delta-Variante, aber die Schutzwirkung nimmt mit der Zeit ab. Die Biontech-Impfung hatte die Entwicklung einer hohen Viruslast bei 92% der Patienten verhindert. Der Wert war aber nur kurz nach der zweiten Impfung so hoch. 30 Tage nach der zweiten Impfung lag er bei 90%, nach 60 Tagen bei 85% und nach drei Monaten bei nur 78%. Die AstraZeneca-Impfung war von Anfang an schlechter. Die Werte lagen bei 69% zwei Wochen nach der Impfung und bei 61% nach drei Monaten. Und diese nachlassende Schutzwirkung bringt einige Probleme mit sich. Genau deswegen wurde bereits für besonders gefährdete Gruppen eine dritte Booster-Impfung empfohlen. Die vierte Welle ist schon da, das ist keine Frage. Sie trifft bald mit voller Wucht etwa 25 Millionen Ungeimpfte, 3 Millionen Partial-Geimpfte und 55 Millionen mindestens Doppelt-Geimpfte. Stand 15. Oktober 2021. Wir wissen, dass die meisten Geimpften eher ältere Menschen sind. Sie sind häufig durch Vorerkrankungen belastet und werden mit einer höheren Wahrscheinlichkeit schwer krank. Die Impfung wird sie leider nicht alle schützen. Mindestens 10%, wahrscheinlich leider sogar mehr der Geimpften könnten krank werden und vor allem Ältere auch schwer krank. Wir werden trotz Impfung viele ältere Menschen verlieren. Aber noch mehr werden wir retten. Je mehr Menschen geimpft werden, desto mehr Impfdurchbrüche werden wir sehen. Wenn wir eine 100%ige Durchimpfungsquote hätten, wären nur Geimpfte krank. Das heißt aber nicht, dass die Impfung nicht gut schützen würde, gar eine Erkrankung begünstigen würde. Solche Behauptungen sind unlogisch und unbegründet. Lasst uns mal kurz in den Wochenbericht des RKI reingucken. Die Zahlen stagnieren gerade, man erwartet aber einen baldigen Anstieg. Die Erkrankung betrifft immer noch die älteren Altersgruppen am meisten und es werden 1400 Patienten auf Intensivstationen behandelt. Praktisch alle Infektionen werden durch die Delta-Variante verursacht. Es wird weiterhin bestätigt, dass alle Impfungen gegen einen schweren Verlauf gut schützen würden. Wenn es um die Abschätzung der Impfeffektivität geht, kommt das RKI auf ähnliche Zahlen wie die Briten. Sie haben aber auch die Impfeffektivität für die letzten vier Wochen berechnet und sind auf diese Ergebnisse gekommen. Die Impfungen würden also gegen schwere Verläufe immer noch sehr gut schützen. Der prozentuale Anteil an Impfdurchbrüchen wird in den gut durchgeimpften Altersgruppen natürlich höher. Das hängt aber nur mit der hohen Impfquote zusammen. Ich denke, dass das RKI auch gleiche Befürchtungen hat wie ich und sie haben auch gleich hier eine Erklärung verlinkt. In einem Satz könnte man das so zusammenfassen. Da die Impfung nicht zu 100% schützt, werden mehr Impfdurchbrüche registriert, wenn die Anzahl an geimpften Personen steigt und oder die Anzahl an Erkrankungsfällen und dadurch die Kontaktwahrscheinlichkeit mit dem Erreger steigt. Es ist also sehr schade, dass man nicht diese Erklärung promotiert, sondern solche Irrtümer verbreitet, wie zum Beispiel Bodo Schiffmann. Das ist ein Foto seiner Telegram-Seite. Er hat diesen Artikel gepostet und dazu diesen Kommentar abgegeben. Immer mehr Geimpfte kommen auf die Intensivstationen, schwere Verläufe nehmen zu. Das müssen offenbar langsam auch die Mainstream-Medien einräumen. Gut möglich, dass die Impfung solche schweren Verläufe begünstigt. Umso schlimmer ist es, dass diese medizinischen Menschenversuche mit Zwang vorangetrieben werden, sogar an Kindern. Wer sich unbedingt impfen möchte, sollte das machen können. Wer aber das nicht will, darf nicht unter Druck gesetzt oder gar gezwungen werden. Gut möglich, dass die Impfung solche schweren Verläufe begünstigt. Wie und warum? Das ist ein logischer Fehlschluss und nichts anderes als Panikmacher. Es ist eindeutig bewiesen, dass die Impfungen vor der Krankheit und vor allem vor schweren Verläufen schützen. Wie kann man einfach so einen Halbsatz hinschmeißen? Das ist fahrlässig. Gezwungen wird außerdem niemand in Deutschland. Das ist grundlose Verhetzung. Das ist aber eigentlich noch recht harmlos, wenn man die bisherigen Corona-Aktivitäten Schiffmanns anschaut. Glücklicherweise wird er endlich durch die Staatsanwaltschaft herangenommen. Wohlverdient. Ob er aus Afrika jemals zurückkehren wird. Ich hoffe, dass euch dieses kurze Video gefallen hat. Ich wollte mich nur zu diesem Thema äußern. Ich arbeite ansonsten am Wodark-Video. Das wird heftig. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder.